Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD Devisenradar am Mittwoch, dem 20. April. Ich grüße Sie wieder recht herzlich und wir wollen heute auf das britische Fund gegenüber den US-Dollar schauen, der sich hier bislang 45 Pips bewegt hat, noch nicht die riesen Hausnummer, aber hier insbesondere am gestrigen Tag und am Vortag stark zulegen konnte und das wollen wir uns jetzt mal hier in der genaueren Chartbeschau unter die Lupe nehmen. Das britische Fund hier zunächst im Tagesschart mal jetzt im Fokus. Da ging es ja hier um, dass wir so eine Art inverse SKS bauen, hier praktisch an diesem Abwärtstrend von Anfang Schrägstrich vom Februar des Jahres hier auch scheitern könnten. Das erfolgt auch hier in geradezu punktueller Abwärtsbewegung, doch wir sehen auch hier im Level um 1,4060, 1,4055 wieder Kaufbereitschaft, die hier Anfang April für eine Stabilisierung sorgt und eben nicht für diesen durchaus möglichen Abwärtsschub. Es gab eine Erholungsbewegung, die hier im Ausdehnungsfall auch durchaus nochmals hier bis an diese Abwärtstrendlinie reichen sollte. Nun gab es ja hier dann letztlich am Montag schon einen sehr dynamischen Impuls nach oben, der sich dann hier am Dienstag auch entsprechend fortsetzte und heute hier ja so eine Art Insight Bar aktuell. Das heißt, die aktuelle Handelsspanne ist komplett in der Kerze von praktisch gestern gefangen. Die Situation kann sich auch entsprechend ausdehnen beziehungsweise fortsetzen hier nach oben und dazu gilt es insbesondere hier mal auf den Newsflow zu achten. Wir werden dazu jetzt mal hier den Guidance Newsflow befragen und da haben wir heute hier 10.30 Uhr einiges an Daten aus dem Vereinigten Königreich. Hier gilt es darauf aufzupassen, wie das Fund da reagiert. Das ist auf jeden Fall Futter. Hier Arbeitslosengeldbeziehert, Arbeitslosenquote und Durchschnittsverdienst. Also hier Arbeitsmarktdaten aus Great Britain und das ist natürlich eine Situation, die den Markt hier durchaus anheizend beflügeln könnte, Schrägstrich auch relativ schnell wieder in die Phase der Ernüchterung zurückwerfen könnte. Was dann ergo dazu führt, wenn wir heute hier wieder nach unten abkippen, wäre hier das Short-Sentiment sicherlich ganz klar zu favorisieren. Ergo hier praktisch ein Fehlausbruch, wie wir das schon auch Ende beziehungsweise hier Mitte März gesehen haben und dann auch hier zum Ende des Monats März. Das würde hier durchaus weiteren Druck in Aussicht stellen. De facto haben wir am 23.06. Da ist noch ein Stück weit hin, aber hier das UK-Referendum, das wird eine ganz, ganz spannende Phase beim britischen Fund. Bis dahin könnten aber durchaus die Verkäufe hier ein Stück weit Druck ausüben. Ergo hier die US-Dollar schwächer, insbesondere der Goldpreis, ja auch gestern davon enorm profitiert, hier für diesen Auftrieb zuständig. Ob das britische Fund hier imstande ist, selber aus eigenen Stücken entsprechend im Port zu schießen, das muss sich zeigen. Man bedenke oder achte auch hier zum Beispiel mal auf solche starken Impulstage, wie wir sie eben auch beispielsweise hier gesehen haben. Und dann kopieren wir das Ganze mal hier gesehen haben und eben jetzt auch zuletzt hier gesehen haben. Was die Folge daran war, waren immer sehr scharfe Abwärtsimpulse, die in Richtung der letzten Tiefs reichten. Das heißt, ihr könntet sich spekulativ durchaus ein Short-Engagement auszahlen mit relativen Stopp über dem gestrigen Tageshoch, welches ja hier im Bereich 1,44,19 zu finden ist. Ganz faktisch auch hier per Tagesschluss über 1,44,75 wären hier ganz klar die Bullen am Start, deswegen auch hier der graue Tendenzfall der letzten Analyse. Wenn wir hier per Tagesschluss über 1,44,80 rund, sage ich mal, rausgehen, insbesondere hier das Hochknacken vom 18.03. 1,45,14, wenn es also hier rausgeht, dann haben wir hier einige 100 Pips mehr nach oben zu erwarten. Dann lockt fast schon das Niveau von 1,50, wenn es hier eben nach oben geht. Andernfalls, wenn es hier nochmal, und das ist eben durchaus eine Annahme, zum Scheitern kommt nach unten, dann könnten hier die Bären wieder schnell Druck ausüben, was dann eben hier ergo relativ zügig in dem Bereich 1,40,50 führen dürfte. Die Saisonalität gibt uns hier nicht so viel Inhalt. Man sieht nur, dass Anfang Mai das ganze Szenario ein Stück weit kippt, das Ganze bärischer wird. Also hier die Situation im Laufe des Aprils noch leicht positiv mit der Tendenz, dass das dann eben hier ab Anfang Mai nach unten kippt. Da haben wir dann doch schon relativ saisonale Ausschläge nach unten. Begünstigt im Prinzip auch eine Fortsetzung der Schwäche. Für den heutigen Tag, wie gesagt, auf die News achten. Die Fuzzi-Vektor-Logik, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, hat hier heute auch schon einen Pattern rausgezaubert, insbesondere britisch von Schweizer Franken. Heute sehr, sehr bärisches Pattern. Darum das Währungspaar soll es nicht gehen. Aber hier haben wir mit fast 61-prozentiger Trefferquote 165 Erscheinungen, die im Schnitt im Bereich bei 0,6 Prozent Abschlag zu finden waren. Beim britischen Fund gegenüber dem Western haben wir auch knapp 61-prozentige Trefferquote, aber nicht so viel an Häufigkeit. Also hier sind wir nicht im dreistelligen Bereich wie beim britischen Fund Schwarzer Franken, sondern hier nur 24 Erscheinungen, die aber auch hier zum Minus von 0,5 Prozent führten. Das Tagestief wird hier prognostiziert auf 1,42,74. So, da muss man natürlich sehen, was man daraus machen kann. Und deswegen werden wir gleich mal in den Stundenchart gehen. Lassen wir das hier noch rüberschieben. 1,42,74. Wie gesagt, wäre ein mögliches Ziel. Da reden wir über knapp 100 Pips, wenn das tief erreicht werden wird. Und dann werden wir im Prinzip auch am unteren Ende der gestrigen Tageskerze, und das könnte hier schon ganz, ganz stark bärisch wirken, wenn es denn zu seinem Abverkauf kommt. Und wie gesagt, die News werden es entscheiden. Und das könnte dann entweder einen Ausbruch in Folge der letzten zwei starken Tage beflügeln, dann wirklich hier weiteren Druck nach oben bescheren oder aber das Paar kippt nach unten im Sinne der Saisonalität, im Sinne der Futsi-Logik und im Sinne dessen, dass wir hier übergeordnet einen Abwärtstrend haben, der sich auch hier sehr schön, und wir hatten gestern das erste Webinar zum Rainbow Trading, hier sehr schön im Rainbow zeigt. Ganz klar ist aber auch, die kurzfristigen Trader versuchen hier mit den mittelfristigen gegebenenfalls eine Trendumkehr einzuleiten. Klar bärisch wäre es eben, wenn der Preis jetzt nach unten kippt. Das heißt, dann ist eine Trendfortsetzung zumindest mehrere schwache Tage denkbar. Andernfalls, wenn er jetzt hier nach oben rauszieht, hier die 100, den 100er EMA, die Centerline nach oben aufbricht, dann ist die Situation durchaus die, dass es hier auch relativ konträr dann eben wieder nach oben gehen kann. Und das wird mal gespannt sein zu beobachten. 10.30 Uhr wissen wir mehr, Schrägstrich dann im weiteren Tagesverlauf natürlich, wenn die Bewegungen abgeschlossen sind. Aktuell versucht sich das Fund an einer leichten Erholung im Vergleich zu der leichten Schwäche des Morgens. Das schauen wir uns jetzt mal hier im Stundenchart an. Was aber auch zu bedenken ist, das wird hier im Stundenchart deutlich, dass wir hier gerade gestern auch hier im Bereich 1,44 rund einen Widerstandsbereich touchiert haben, der erstmal hier wieder für Verkaufsdruck sorgte. Jetzt sehen wir hier gerade die aktuelle Erholung von der schwächeren Asia Session. Dennoch ist hier noch nichts ausgestanden. Wir haben hier oben einen Verkaufsbereich. Das ist so eine Zone zwischen 1,44 und 1,44,50. Deswegen auf 1,44,70 achten. Wenn wir da oben rausgehen, das wäre wirklich ein Kaufsignal. Doch noch ist es nicht so weit. Hier ist wie gesagt eine Zone, da wurde das britische Fund regelmäßig gegeben. Und jetzt ist nur noch eine Situation hier de facto erkennbar, dass wir sehr starke Aufwärtsimpulse hatten zuletzt. Hier jetzt so eine Art Bullflag daherkommt. Und das ist eigentlich das, was hier dem Schar zum bullischen Charme verleiht. Also praktisch nach diesem starken Aufwärtsschub hier eine Seitwärtskonsolidierung in der Art einer Bullflag. Und wenn die nach oben aufgelöst wird, dann kann es hier relativ zügig weiter nach oben gehen im gleichen Umfang. Ergo würde man dann hier praktisch einen solchen Impuls erwarten dürfen. Das wäre wie gesagt durchaus denkbar, wenn die Bullen hier signifikant zurückkommen. Wir werden es mal im Tagesverlauf beobachten. Chancen leicht auf der bärischen Seite. Also hier mit Vorteil für die Bären, wenn es ein neues Tagestief gibt und insbesondere dann eben die gestrige Kerze relativiert wird. Ansonsten, wenn es oben rausgeht, gibt es hier durchaus Chancen für die Bullen. Also rein trendfolgend würde ich jetzt nach aktueller Einschätzung eher den Downmove präferieren. Das ist aber wie gesagt newsbedingt durchaus abhängig davon eben, wie der Markt die Daten aufnimmt, Schrägstrich in der Folge darauf reagiert. Plan B wäre definitiv, wenn wir hier oben rausziehen über die 1,44, 70, 1,45, dass dann eben hier der Bärs mal relativ schnell gekippt werden kann. Das heißt heute hier so ein Stück weit Münzwurf im Vorfeld. Mehr Klarheit hat man dann meines Erachtens mit Sicherheit nach 10.30 Uhr. So dann liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für den heutigen Radar. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch gutes Handeln für alle. Wir Webinar-Teilnehmer des Nachmittagswebinars, 15 bis 16 Uhr heute das Devisenradar und heute Abend natürlich Teil 2 des Rainbow Online Trading Seminars. Ich freue mich dabei sowohl heute Nachmittag als auch auf die Session heute Abend. Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal gutes Händchen an den Märkten. Viel Erfolg beim Mal sehen, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und Tschüss.